Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich habe meine Kopfhörer gar nicht auf. So, also ohne Kopfhörer kann ich nicht Minecraft spielen. Da gehen wichtige Informationen verloren. Ja, ich meine, wenn man Survival spielen würde, stimmt sogar. Wenn man eine Höhle erforscht und man hört irgendwie so... Dann weiß man, oh, Zombies. Aber im Creative könnte ich mir die Kopfhörer sparen. Warum habe ich eigentlich die Kopfhörer auf die ganze Zeit? Ich könnte Musik hören währenddessen. Ne, ich glaube, das mache ich nicht. Ohne Minecraft-Musik ist Minecraft nur halb so Minecraft. Musik ist schon was Mächtiges. Also in Minecraft weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass die Minecraft-Musik unbedingt so super wichtig ist. Aber grundsätzlich ist Musik schon was wahnsinnig Mächtiges. Ein wahnsinnig Mächtiges Tool, um die Emotionen des Hörers oder Spielers in dem Fall dann zu beeinflussen. Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, aber wahrscheinlich kennt jeder oder viele was Ähnliches aus ihrer eigenen Gamer-Karriere. Resident Evil 2 war ja das erste Resident Evil, das ich gespielt habe. Und es war damals einfach so, boah, shit. So super duper gruselig, dass wir gestorben sind. Ich habe das mit einem Freund zusammen sehr viel gespielt und es war einfach super dichte Atmosphäre, super unheimlich. Es war wie ein Fiebertraum, in den man sich aber immer wieder reingestürzt hat. Man konnte nicht davon fernbleiben. Wie ein Drogenrausch. Naja, und letztendlich haben wir festgestellt, dass wenn man die Musik ausmacht, ist das Spiel ungefähr nur noch 40% zu unheimlich. Die Musik macht da einfach so viel für die Atmosphäre aus, es ist unglaublich. Die Zombie-Geräusche sollte man anlassen, damit man hört, ob welche im Raum sind. Aber wenn man die theoretisch auch noch ausmacht, wenn man den Sound ausmacht, dann hat das Spiel einfach 90% seines Schreckens verloren. Durch Musik, aber auch durch Sounddesign der Zombies und so, da steckt die ganze Stimmung drin. Wenn man das rausnimmt, dann ist es nur noch eine leere Hülle. Eine leere atmosphärische Hülle. Ach ja, ich habe in der letzten Folge doch gesagt, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen fertig. Dann packen wir den Besen aus und kehren nochmal durch. Und dann baue ich vielleicht die Zitadelle oder den Weg zum Schloss. Aber wisst ihr, was wir noch machen könnten? Die Gebäude, die man im Spiel betreten kann, das sind ja nicht so viele, die könnten wir zumindest noch so nachbauen, wie sie im Spiel sind. Und alle anderen Gebäude kann man dann total frei interpretieren. Das könnte man machen. Da müsste ich aber nochmal, das machen wir, ich meine, es geht sich auch zeitlich nicht aus, sicherlich. Aber das machen wir auch definitiv nicht mehr in der Folge. Denn ich muss da vorher nochmal Ocarina of Time starten und meine eigenen Screenshots machen. Denn sonst, weil jetzt für die ganzen Innenräume Screenshots auf Google finden. Es ist nur deswegen, wenn ihr euch jetzt denkt, na und, was ist denn das Problem? Die Disc ist das Problem. Die Disc von meiner, also ich habe Ocarina of Time theoretisch auf dem N64, aber da hat das Netzteil einen Wackelkontakt und ich kann den N64 nicht mehr hundertprozentig starten. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe es aber auch auf dem Gamecube in der Collector's Edition. Das Blöde ist nur, dass da die Disc sehr zerkratzt ist. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, leider. Aber die ist leider wirklich sehr zerkratzt und ich kann die echt, also wenn sie mal läuft, dann läuft sie in der Regel. Ich habe ja auf Twitch in den Streams von dieser Disc Ocarina of Time und Majora's Mask durchgespielt und hatte zwei Abstürze, die ziemlich sicher auf die zerkratzte Disc zurückzuführen sind. Oder waren es drei, aber auf jeden Fall in, was weiß ich, 40 Stunden Gameplay drei Abstürze. Das kann man schon mal verkraften. Auch wenn man Majora's Mask nicht jederzeit speichern kann. Da war es schon schlimm. Sag mal Treppe, warum verhältst du dich denn so unkooperativ? Weil ich so komisch von schräg oben bauen muss, damit du dich so hinplatzt, wie ich das will. Die unmögliche, die unmögliche Treppe ist das hier. Naja, auf jeden Fall ist das immer echt, da brauche ich echt immer einiges an Zeit und Geduld, bis das läuft mit Gamecube 50 mal neu starten und so. Und dann, wenn ich endlich im Spiel bin, kann ich eben diese Screenshots machen. Aber auf jeden Fall ist das immer so ein bisschen eine nervige und zeitaufwendige Geschichte. Deswegen ist es mir lieber, wenn ich einfach auf Google eingebe, Hyrule Castle Bomb Shop. Und dann kriege ich, dann kriege ich das, dann kriege ich einfach ein Screenshot davon und dann kann ich das nachbauen. Aber im Endeffekt haben halt meine Screenshots in der Regel einfach eine bessere, eine höhere Qualität. Einfach schon allein wegen der Auflösung. Und gerade bei so alten Spielen ist das wichtig, damit man die Teils erkennt. Und warum ist jetzt der Querbalken hier unten, weil das Dach beginnt hier, ist mir eigentlich wurscht, warum. Da kommt ja einfach noch eine Reihe Mauer hin und Schluss. Ich weiß eh nicht genau, was zur Hölle hier eigentlich los ist. Wartet mal, warum funktioniert das hier, aber da nicht? Ist das nicht symmetrisch, das Haus? Irgendwie schon, oder? Was ist hier los? Warum geht sich das nicht aus? Das müsste sich ausgehen. Bin ich jetzt irgendwie verrückt? Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann die Spitze. Ich bin jetzt echt verwirrt. Ich bin echt sehr verwirrt. This dangerous. Very, very dangerous. Very dangerous. Aber wisst ihr was? Na, keiner. Das sieht keiner. Das sieht niemand im Casual-Spiel. Niemand sieht das. Okay. Hey. Hey. Warum drücke ich denn die falsche Maustaste? Was ist los mit mir? Oh Gott. Habt ihr eigentlich einen Organspende-Ausweis? Sollte man sich echt drum kümmern, finde ich. Ich bin auch. Es ist echt immer furchtbar. Ich bin eigentlich total pro Organspende. Ich finde das auch wichtig und sowas, weil, mein Gott, wenn ich tot bin, brauche ich meine Organe nun wirklich nicht mehr. Und wenn damit ein Leben gerettet werden kann, voll geil. Also, gibt's, weiß ich, gibt's, gibt's, ich weiß gar nicht, gibt's Argumente dagegen? Hm, ich weiß nicht, ich kenne keine, mir fallen keine ein. Außer vielleicht, dass man sagt, naja, ich weiß nicht, ich hab den altägyptischen Glauben und ich brauche meine Organe noch im Jenseits oder so. Das vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, bin ich aber auch jahrelang rumgelaufen mit der Überzeugung, dass Organspende cool ist, aber ich hatte keinen Ausweis. Wenn man halt einfach sich drum kümmern müsste, man müsste halt in eine Apotheke gehen oder so, man muss sagen, hallo, ich hätte gerne einen Organspende-Ausweis und da muss man den ausfüllen und da muss man den immer mit dabei haben. Ich hab jetzt schon meinen dritten, weil ich die auch immer wieder verloren habe. Das ist einfach echt blöd. Das find ich echt doof. Es sollte so ein Zentralregister geben, wo man sich eintragen kann und dann ist das amtlich und dann ist man fertig mit der Geschichte. Ansonsten, hier hab ich das schon wieder gemacht. Warum hab ich denn das hier schon wieder gemacht? Das heißt, ich hau jetzt hier alle Klötze weg. Die hier so hoch stehen. Und wir lassen nur die seitlichen und bauen jetzt da das Dach drauf. Sonst wird das hier schon wieder so komisch. Wir reichen Professoren, sind auch nicht frei von Wünschen. Otto Walkes. Der war schon legendary damals. Als Kind hab ich den geliebt. Heute... Versteh ich nicht mehr so ganz warum. Doch, ich versteh schon warum, weil ich halt ein Kind war. Aber ich mein, es hat sich halt auch irgendwie... Also ich find den... Also ich jetzt einfach... Na? Reden wir nicht mehr drüber. Aber auf jeden Fall... Äh... Hab ich's mir jetzt auch gedacht an Silvester. Ich hab das... Irgendwo hab ich das schon erzählt. Ich weiß nicht, wenn es in Minecraft Folgen war, dann verzeiht mir, dass ich mich wiederhole. Aber das seid ihr wahrscheinlich gewöhnt. Äh... An Silvester sind ja die Merlin und ich dieses Jahr einfach zu Hause geblieben. Und haben uns billigen Sekt gekauft. Und haben uns gedacht, wir feiern so richtig trashig Oldschool-Sylvester. Wir lassen einfach den Fernseher laufen, gucken was so trashiges läuft. Und genau. Das haben wir gemacht. Und das war auch echt lustig. Mit Fondue und allem. Und äh... Beim Durchseppen sind wir dann auf irgendeinen Sender gekommen. Der hat so alte Sketches die ganze Nacht gespielt. So alte Sketche von alten Komikern. Und da hat man echt gemerkt, verdammt so... Boah. Hat sich ganz schön verändert in den letzten Jahrzehnten. Nicht, dass ich die meisten modernen Sketche besonders gut fände. Ich find die meisten super vorhersehbar und flach in der Regel. Aber sehr anders. Loriot ist super. Loriot finde ich klasse. Loriot ist unerreicht. Finde ich. Ich weiß nicht, in welcher Frequenz Loriot seine Fernsehsendung gemacht hat. Ich weiß nur, dass der mal interviewt wurde. Und er wurde gefragt, was er von moderner Comedy und von so modernen TV-Formaten hält. Und in dem Interview hat er gesagt, Loriot damals, das weiß ich noch, als Antwort darauf, er beneidet seine jüngeren Kollegen nicht dafür, dass sie teilweise auf täglicher Basis oder in sehr hochfrequenter Frequenz neue Sketche und neue Witze sich überlegen müssen. Das war seine Antwort darauf. Das find ich ne sehr gute Antwort. Okay, ist die Kulisse schon... Nein, die ist noch nicht perfekt. Das, das, das... Die Illusion ist noch nicht perfekt. Die Illusion sollte perfekt sein. Die Illusion sollte perfekt sein. Die Löcher sollen versteckt sein. Gut, in die Fenster darf man natürlich nicht reinschauen, sonst ist es doof. Doch guckt man in die Fenster, sieht man nur Gespenster. Das Lied ist irgendwie lustig, finde ich. Ich weiß nicht, warum. Die reichen Professoren... Ich find die Textzeile Das Herz, das hängt in Heidelberg, die Hose hängt in Bremen. Find ich immer noch echt gut. Das ist echt irgendwie cool. Find ich lustig. Okay. Blump, 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 blump. Die Merlin hasst das Lied. Nicht wegen des Liedes an sich, sondern weil ich das ständig singe. Beim Kochen, beim Duschen, beim Autofahren. Immer wieder fang ich an mit Wir reichen Professoren. Sind auch nicht frei von Wünschen. Ist in Hamburg mal was los. Dann müssen wir nach München. Ach ja. Schaffe, 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 Dächle baue. Moment, für die Illusion wird die Seite vom Dach überhaupt nicht notwendig. Puh. Illusion. Illusion. Was? Also, ich habe es schon gesagt. Ich weiß, es ist noch nicht lange her, da habe ich das schon gesagt. Aber ich muss schon sagen, mit den alten Treppen, die noch nicht so coole Verformungsfähigkeiten hatten, war bauen schon noch viel leichter. Da musste man nicht so penibel darauf achten, wo genau man hinklickt, damit die Treppe die richtige Form einnimmt. Es ist cool, es ist total cool, dass Treppen hier zu flexibel sind, aber gleichzeitig ist es nervig. Es ist total nervig, dass Treppen hier zu flexibel sind. Mein Meister. Es ist total nervig. Das könnte wirklich ein Dialog aus Killer7 sein, denke ich mir gerade. Mein Meister. Es ist nervig. Es ist total nervig. Die Treppen, Meister, sie verformen sich. Sie verformen sich, wenn man nicht genau zielt. In Hermans Namen. Könnte eins zu eins aus Killer7 sein. Perfekt. Illusion. Piu. Illusion. Perfekt. Goil. Ja, ich meine, das sieht schon noch sehr nach Kulisse aus, das Haus. Das stimmt. Geht das noch weiter in die Richtung? Ja, das geht noch weiter in die Richtung. Dann machen wir das noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ups. Aber nicht damit. Hä? What happened? Warum habe ich die Waffe gewechselt? Also, Waffe ist gut. Mit was würdet ihr lieber kämpfen? In der Zombie-Apokalypse. Mit einer Treppe aus Ziegelstein oder einer massiven Rüstung aus Gold? Definitiv die Ziegelstein-Treppe. Wenn man sie heben und schwingen kann, weil Gold ist so weich und verformbar. Oder? Ich finde schon. Minecraft ist schon faszinierend. Minecraft ist ein Game-Changer gewesen. Minecraft ist wahrscheinlich das einflussreichste Spiel seit... Keine Ahnung. Seit Ocarina of Time? Haha. Vielleicht gar nicht so falsch. Was Minecraft... Das Minecraft im Grunde sein eigenes Genre erzeugt hat. Und von Minecraft über Ark bis jetzt eben zu Fallout 4 im großen AAA-Bereich sehen wir einfach überall die großen Einflüsse von Minecraft. Dieses Survival, dieses Farmen, dieses Looten, dieses Craften und dieses Bauen dann im Endeffekt. Und das ist einfach Minecraft. Das ist einfach das, was Minecraft verändert hat. Eingeführt hat. Groß gemacht hat. Erfunden hat auch ein bisschen. Zumindest in der Konstellation und in der... In der Zusammensetzung. Minecraft ist schon eins der einflussreichsten Spiele definitiv seit Jahrzehnten. Weil ich meine, man könnte zum Beispiel auch sagen, dass Players Unknown Battlegrounds... ...ähnlich Wellen geschlagen hat. Das ist... Das ist die... Die These, die kann man absolut so aufstellen. Ich finde aber nicht, dass man das vergleichen kann. Weil natürlich gibt es sehr viele Klone. Und alle haben sich jetzt auf dieses... Auf dieses Battle Royale gestürzt. Und in Call of Duty und Battlefield gibt es Battle Royale. Oder ist zumindest angekündigt. Und, 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 und. Battle Royale ist ein Riesending. Und da könnte man sagen, naja, hat nicht auch eben das Spiel. Ups, da habe ich schon ein bisschen weggegriffen. Hat nicht auch das Spiel die Spielelandschaft so geprägt. Aber, ne, würde ich nicht sagen. Denn, äh, das Äquivalent dazu wäre, dass in jedem Spiel jetzt plötzlich, äh, Elemente von Battle Royale drin wären. Und dass plötzlich irgendwie wirklich kein Spiel mehr ohne Battle Royale auskommt. Und dass selbst in, in Spielen, in denen man das eigentlich nicht vermutet hätte, plötzlich Battle Royale drin ist und so weiter. Weil das ist ja das, was mit Minecraft passiert ist. Plötzlich ist überall dieses Crafting-System. Plötzlich ist überall Crafting. Ohne Ende. Plötzlich eben zum Beispiel findet man überall Ressourcen, die man sammelt. Und, 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 und. In allen Spielen. Es gibt keine Spiele mehr, die ohne auskommen. Selbst Zelda Breath of the Wild ist, 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 ist sehr stark von Minecraft beeinflusst worden, letztendlich. Natürlich nicht von Minecraft in der, also nicht direkt von Minecraft. Das hat halt eben eine Kulturrevolution ausgelöst, so ein bisschen. Das hat einfach eine ganz neue Art von Spielen ausgelöst. Und eine ganz neue Art, äh, Spielmechaniken zu implementieren. Also nicht eine ganz neue Art, Spielmechaniken zu implementieren, sondern eine ganz neue Art von Spielmechaniken. Und wie man die implementiert und wie man die zusammenfügt und so weiter. Neue Motivationsebenen. Genau. Wie Spiele wahrgenommen und gespielt werden, hat sich durch Minecraft verändert. Und dabei ist das alles eigentlich mindestens so alt wie Bauklötzchen. Dass da nicht vorher jemand draufgekommen ist. Man muss natürlich auch sagen, dass das technisch schon auch kein Zuckerschlecken ist, so ein Minecraft. Ich weiß noch, Minecraft ist ja inzwischen auch schon, hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ne. Aber als das ganz neu rauskam, da lief das nicht ohne weiteres auf den, auf den älteren Rechnern. Ganz und gar nicht. Also auch auf den neueren, wenn man das hochgeschraubt hat, nicht. Das Spiel sieht zwar nicht so aus, aber es braucht eigentlich verhältnismäßig viel Leistung. Ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, wahrscheinlich kein, also ist es wahrscheinlich nicht mehr so anspruchsvoll, das Spiel. Aber damals, als es rauskommt, war es schon eine ordentliche Portion Rechenpower, die man gebraucht hat, damit man das Spiel ordentlich spielen kann. Wobei man konnte auch sehr viel damals schon sehr viel einstellen, damit es eben weniger Ressourcen verbraucht. Wenn man die Grafik nicht auf fancy gestellt hat, sondern auf nicht fancy, wie auch immer. Wenn man die Wolken ausgeschaltet hat und die Distanz des Ränderns, beziehungsweise die Sichtweite reduziert hat, dann konnte man da schon ganz schön was machen. Aber grundsätzlich war es trotzdem immer erstaunlich, wenn man das Spiel, wenn man es sieht, würde man nicht glauben, dass es so wahnsinnig viel Leistung braucht. Vielleicht war sowas wie Minecraft einfach auch ein Kind seiner technischen Möglichkeiten. Einfach. Also vielleicht wollten, also das Konzept, na, gab es vielleicht schon öfter, aber es war noch nicht umsetzbar bis zu dem Zeitpunkt. Nicht in dem Ausmaß zumindest. Könnte ich mir schon vorstellen. Dass man das nicht unterschätzen darf. Ich hätte jetzt gerne Apfelstrudel. Yeah. Oh, jetzt haben wir hier wieder die tödlichen Todestreppen des Todes. Oh, aber so geht es ganz gut mit den tödlichen Todestreppen. Der Nervigkeit. Ups, hoffentlich, ob sie wirklich richtig stehen, sehen wir, ja, wenn wir baden gehen. Cool. Ich gehe im Winter gerne baden. Also jetzt in die Wanne, nicht an den See oder so. Weil im Winter ist es kalt. Wenn es kalt ist, gehe ich gerne in die Wanne. Im Sommer finde ich Badewanne die Hölle. Ich meine, man könnte die theoretisch auch mit kalbem Wasser füllen, aber irgendwie ist das auch nicht das Wahre. Ich bin echt so ein Wintermensch. Es ist furchtbar. Ich leide im Sommer Qualen ohne Ende. Ich finde es furchtbar. Ich hasse den Sommer. Mir wird jetzt schon wieder übel, wenn ich daran denke, dass bald wieder Sommer ist. Dabei haben wir noch ein paar Monate. Aber der Sommer, der bringt mich um. Der Sommer killt mich. Der raubt mir meine ganze Lebenskraft und macht mich tot. Und im Winter, da blühe ich auf. Da bin ich energiegeladen und kann was machen, anstatt nur rumzuliegen und zu sterben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten anders geht. Genau andersrum wahrscheinlich, aus irgendeinem Grund. Weil ich glaube, Licht, Vitamin-D-Mangel, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber bei den Temperaturen im Sommer kann ich nichts machen, außer rumliegen und sterben. Der Sommer ist der Tod. Es gibt kein Leben im Sommer. Naja, gut, das stimmt auch nicht. Ich bin auch jemand, der nicht heizt. Also ich meine, mit der Merlin natürlich, also die heizt schon. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich nicht heizen. Ich finde die Temperaturen eigentlich angenehm. Also wenn man innen ist, ist es auch ohne Heizung eigentlich warm. Man hat ja Elektrogeräte und Körperwärme und isolierende Wände und so. Ich finde das eigentlich angenehm. Spar doch Geld. Aber ich war schon immer. Ich bin einfach ein lebendes Heizkraftwerk. Fertig. Mache ich einfach mal noch so da rein, damit es nicht so leer aussieht. Haha, so leer. Praise the sun. Muss ich ab jetzt immer sagen. Immer wenn ich irgendwie... Ich sage das oft, dass es nicht so leer aussieht oder so leer ist. Ab jetzt sage ich immer Praise the sun, nachdem ich das gesagt habe. Nachdem ich so leer sage. Okay, die Kulisse ist jetzt auf jeden Fall fertig. Das ist schon mal cool. Fliegen wir mal ein bisschen durch. Das sieht gut aus. Sehr gut. Und jetzt wissen wir auch, warum die bei Ocarina of Time damals alle Fenster für ihre 3D-Kulisse, für ihre Renderkulisse mit Fensterläden oder mit Brettern oder mit sehr stark verspiegelten Scheiben verbarrikadiert haben. Damit man eben genau nicht durchsieht und damit die Kulisse an sich reicht. Für uns reicht die natürlich langfristig nicht. Aber erstmal ist das jetzt hier fertig. Ich erkläre den Marktplatz für fertig. Also zumindest eben, wie gesagt, außen die Kulisse. Wer hätte gedacht, dass das jemals wahr wird. Wer hätte gedacht, dass das so ein riesiges Gebäude hier wird. Das war der Marktplatz. Zumindest die Kulisse ist fertig. Siegeshymnen-Song. So Leute, Kulio. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt Schluss für heute. Morgen ist auch noch ein Tag, an dem ich Minecraft spielen mag. Schönes Gedicht. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.